Okay, das ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert. Ja, selbst wenn sie wegen den Kindern zusammengeblieben sind, heißt das natürlich nicht, dass sie dann auch glücklich waren. Und ob das denn immer so eine gute Sache ist, weiß ich nicht. Denn natürlich, zwangsläufig, bekommen die Kinder das auch mit. Und na, ich denke mal, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das brauche ich jetzt nicht großartig erklären. Oh, Wasser! Ähm, ja, weiß ich nicht, ob das denn... Soll ich in mein Bötchen? Ich hab's gar nicht geguckt, ob ich hier an der Seite noch... Ich weiß, dass Dinge heute schon sehr schwer haben. Ja. Ich vermute dich. Sonny und Kay sind auch. Du bist nie wirklich hier. Nicht das wieder. Ich habe dir gesagt, ich muss arbeiten. Es dauert mich lange Zeit, um zu dieser Position zu kommen. Ich will nicht es verlieren. Kay ist 20 Jahre alt. Sie kann sich selbst auswählen und Sonny hat dich. Oh, look, I'm exhausted. Let's talk about this later, okay? Okay, fine. It's a beautiful day. Let's not ruin it. Dear. And this place is great, isn't it? It's wonderful. Okay, naja, auch immer alles unter den Teppich. Okay, stop, 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 stop. Kann ich hier nicht? Yes. Do you like it? It's a nice house. Oh, well. It's ours now. Wait, what? Are you serious? Yes. Oh, that's... That's great. Ah, okay, sorry. Wäre ich durchgefahren, wäre das gerade mit dem über das Haus reden schöner gewesen. Aber ich, naja, Piepsi und so. Es tut mir leid. Doch ist eigentlich ein schönes Haus hier. Ich denke an all die Dinge, die wir hier tun können. Du kannst in der Sommerreise barbequieren und relaxen in der Garten. Du kannst sogar von Hause arbeiten. Es ist einfach, das ist alles so zufrieden. Lass uns in die Garten gehen. Du magst es. Okay. Es sieht ja echt schön aus hier. Es ist auch mit dem... Mit der kleinen Gartenhütte hier. Die beiden Liegestühle. Die schöne Terrasse. Hier schön mit dem Segeltuch. Aber es scheint doch sehr... Ja, sie scheint viel über seinen Kopf hinweg entschieden zu haben. Und das ist auch nie gut. 4 Jahre später, wir boughten das Haus. So, meine Familie ist nur eine Hilfe. Es war ein Liege? Von der Beginn. Ich möchte nicht zu sprechen. Ich möchte nicht zu sprechen. Warum nicht das so gut? unsere Familie ist separat. Weil du nicht zu sprechen. Das ist nicht zu sprechen. Wir müssen uns einander zu tun. Und uns helfen uns zu halten. Es ist nicht so sehr schwer. Nein! Wir haben das lange genug zu tun. Oh. Okay. Ah, unser Freund ist schwarz. Unser Freund ist schwarz. Wieso ist unser Freund schwarz? Okay. Wie traurig der Fahrt auch immer Koks. Okay, einmal hier drüben. Ah, hier drüben. Ah, hier drüben. We were happy at first, but that wasn't enough for you, was it? You were talking about kids all the time. You people say a lot of things when they're falling in love. Naja, manchmal funktioniert's einfach nicht mehr. So scheiße, dass der noch ist, aber... Ich hoffe natürlich trotzdem, dass wir hier noch alles wieder hinbekommen. Ich glaube, jetzt ist... Ich glaube, jetzt ist... Jep, jetzt ist scheiße. Okay. So you were lying about wanting kids? No. I might have wanted them eventually, but you wouldn't wait. Nein. Nein. Sie kann da ja überhaupt nichts für. Auch wenn sie gerade wahrscheinlich ein anderes Gefühl hat, aber es war ja nie ihre Entscheidung. Sie wurde einfach nur in das Ganze reingeschmissen. Guck mal, wird diesmal alle drei bekommen, bevor es wieder... Ah, nee, natürlich nicht. So. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, eine noch. Dann haben wir diese Runde auch. Wir können das immer wieder fixieren. Vivian. Nein. Wir können nicht. Tschüss. Du kennst den Weg. Wir haben immer versucht,nsりました. Doch, hörst du jetzt einmal. Mach das nicht leash shove. In einem liebemischem Start? Nein. Nein, 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 stop. Ich습lichգf сделал dich. All of you. All of you. I still do. I don't want our kids to go through this anymore. That's where sometimes you have to let go. I don't know. So you're able to move forward and heal. Oh no. Oh no. Kay! Kay! Princess! What is this? Okay, es sieht so aus, als hätten wir es geschafft. Mama! Papa! No! Ich denke mal, das können wir jetzt fixen. Ähm, da kam eben das Boot bei der Wendung nicht mit. Ein schöner Fehler. Und ich kann dich nicht verstehen. Was noch mehr muss ich tun? Wir müssen uns auch noch um uns selbst kümmern. Nicht immer nur um andere, sondern man selber darf da natürlich nicht hinten überfallen. Okay, wir folgen dann jetzt mal wieder dem Boot. Fischis. Und ich denke mal... Nicht zu nah, damit es nicht krisselt. Und ich denke mal, jetzt sind wir an der Reihe. Zumindest hoffe ich das. Und ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt? Und ich denke mal, was ihr habt? Ich bin mir helfen, und beginne zu lassen. Ich weiß Mama und Papa, dass sich das andere lieben. Ich verstehe, wie du so sehr liebst kannst, und ich sage dir so viel. Und ich sage dir so good-bye. Speaking of goodbyes, ich habe nicht gesehen, eine Frau in einem Moment. Es ist so strange. Ich liebe sie, aber ich weiß nicht, wer sie ist. Es wird so kalt. Ich denke mal, jetzt sind wir dran und dann werden wir auch das Mädchen wiedersehen. Achso, alles zugefroren, okay. Die stehen da, warten und frieren. Ah, Glowie! Ähm... Nun warte doch mal! Hallo? Nun warte, meine Füße werden kalt, damit läuft es sich schlecht. Was war das? Ich kann mich auch nicht drehen gerade. Oh, wie geil! Ich bin so glücklich, dass ich dich sehen. Ich liebe dich so viel. Jack... Es ist dich, natürlich. Oh Gott, ich liebe dich so viel. So viel. Ich habe so viele Dinge, was ich erzähle. Ich habe alles über den Hören und wie helfen, und sogar... Was ich zuerst zu tun? Oh, meine Schmerzen. Oh, meine Schmerzen. Wie wäre ich auch los? Oh nein. Ich wäre wirklich sehr eh. Ich würde mich wie das alsies. Ich habe dich nur gefangen. Ich glaube nicht. Herr Garten, Herr. Okay, das sieht ziemlich cool aus. Ich muss gestehen, der Wolf sah schon gerade ziemlich geil aus. Ich habe Zeit für dich, vielleicht. Oh, du weißt, ich bin verrückt für dich, nicht wahr? Ich höre diese Sprache all die Zeit. Also, ich bin nicht dein einziger Liefer? Wenn du mich überzeugt, dass du es verdienst, dann vielleicht du bist der einzig. Ich denke, ich kann dir eine komplexe Demonstration von meinen Fähigkeiten geben. Komm mit mir. Offensichtlich hatte ja aber auch er so seine Probleme. Oh Gott, sag, dass du dich so gelangweilt. Ja, sag, 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 sag. Ja, sag, 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 sag. Nein, Jack ist hier. Ich war gerade auf meinem Weg, um mich zu entschuldigen. Bitte. Wenn du weiterholtest, du dich schlussst. Wenn du immer in mein Weg gehst, ich schlussst du dich. Okay. Ich vermute, wir müssen da durch. Ja, wir müssen da durch. Natürlich. Okay. Oh Gott. Schon wieder so ein großes Krumpelding. Krumpelding. Also nein, Krumpelding nennen wir das jetzt mal nicht, ne? Muss ich bestimmt auch hier noch andere finden. Wie praktisch, ich wollte da sowieso gerade mal rüber. mich hier mal ein wenig umgucken. Okay, hier ist nichts weiter. Da oben musste ich hin, ne? Ja. 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 Okay. Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Hier ist nichts weiter. So. No, das so klappt. la, die, die? Ja. Na, Neil. Och noch ein paarником juegnen Küchenfeld. Dios. Die mano hat mich so kleine caso mit dir. Ich habe mich damit mal ein bisschen an 2 hands. Ich habe ihn sehr. Untertitelung. BR 2018